Sonnenaufgang Sonnenaufgang in Tolo, 7.43 Uhr, kühle 3 bis 5 Grad Celsius mit kühlem Wind von Norden. Die Wassertemperatur ist bei 16,9 Grad unter 17 Grad gefallen. Erstmalig bislang die kälteste Nacht in diesem Jahr bei 5 Grad. Die Wassertemperatur ist bei 16,9 Grad. Wir müssen mal schauen, wie lange es eigentlich dauert, bis eine Sonne ganz aufgegangen ist. Eine Minute, zwei Minuten. Aber man sieht es ja am Zählwerk des Bandes 227, 228. So, jetzt hat sie den Horizontrand überstiegen. Überstiegen 2,44, also knapp drei Minuten. Oder wenigstens drei Bandmeter. So. So. So.